Wie alt ist Hey Moritz und wann hat Hey Moritz Geburtstag? Um diese Fragen zu beantworten, musste ich mich auf eine Reise durch seine gesamten Videos machen. Ich habe jedes Video von Hey Moritz geschaut, bis ich gemerkt habe, dass ich am besten nicht die ganze Zeit Hey Moritz Videos schauen sollte, um mein Alter und Geburtstag herauszufinden. Ich habe damit angefangen zu schätzen, wie alt Hey Moritz ist und dachte mir, er müsste eigentlich erwachsen sein und unter 30 Jahre alt. Nach monatelanger Suche bin ich auf die Idee gekommen zu googeln und habe dort meine Antwort gefunden. Endlich! Hey Moritz ist 19 Jahre alt, aber das reicht nicht. Ich musste noch herausfinden, wann er 20 Jahre alt wird. Und in der letzten Ecke fand ich dann auch noch die Antwort zu dieser Frage. Moritz wird am 6. Juni 20 Jahre alt und ist am 6. Juni 2002 geboren. Wenn ihr unter 20 Jahre alt seid, dann abonniert. Tschüss!